Herzlich willkommen! Mein Name ist Jérôme Luling und wir lernen uns ein bisschen weiter. Und heute machen wir eine Wiederholungsübung für den Niveau A1, was dich richtig ändert. Vielen Dank, Mirjam, für den Hilf. Wir spielen allein. Ich komme aus Spurnien, von Barcelona. Ich bin froh. Was schaffst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wer ist dein Adress? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wer ist dein Klaise Geburtstag? Hat es den 21. Mai 1985 geboren? 21. Mai 1985 steht als High. Ja. Nummer 3. Was für eine Freizeitaktivität mit dir an der Sommervakanz am Meer? Schlittschung fahren, Schlitt fahren, Wasserski fahren, Skifahren, Wasserski fahren. Nummer 4. Wie ist dein Plural für Mädchen? Mähdachschach. Nummer 5. Wie viel Auer ist das? Es ist von der Pfalzwort 2. Von der Pfalzwort 2. Von der Pfalzwort 2. Von der Pfalzwort 2. Das ist High. Nummer 6. Was ist dein Plural für Mähdach? Mähdach. Nummer 7. Was ist dein Plural für Mähdach? Nähdach. Wo wohnst du? Nähdach. 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 Nummer 8. Hier verkauft Medikament. Was schafft hier? in das Affirmien, in das Abtickte, in das Polizisten, in das Afferkot, in das Abtickte. Nummer 9. Was fragen Antwort ist richtig? Mein Postleitzoll ist 3465. 3465. Oh, schon ein schöner Versprung. Was fragen Jahreszeit aus dem März? Wann da sind wir? Hier ist Frejahr. Frejahr. Nummer 11. Wer ist das? Mein Vater, mein Vater, mein Vater, mein Vater, meine Schwester. Mein Vater, 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 mein Vater. Nummer 12. Wenn ich aus Person geborene, ich bin im 3. März 1994 geboren. den 3. März 1994. Feiern und sich da das sei. Richtig. Und da sind wir bei der Frage Nummer 13. Was kauf dir nicht so? Ein Bexirbissen am Muten, ein Glas Chips, ein Bexirbissen am Muten, ein Glas Chips. Ein Bexirbissen am Muten, ein Glas Chips, ein Glas Chips. Nummer 15. Hau das Dünnstisch. Werd freundlich als Iwamu. Mittwoch, Freitag, Donnnstisch. Mindig, Iwamu als Donnstisch. An ist schon gewonnen. Super. Voila. Was können los? Nach ein Kehr? Ne. Einmal geht durch. Und das war es auch schon alles. Nach viel mehr so Übungen fand ich auf meiner Internetseite. Exerciz.lu Theorie dazu fand ich auf Grammar.lu Der fand mich auch auf Facebook und auf YouTube. Und danach die bisher, mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen auf Letzebäuich an 170 Witze auf Letzebäuich. Vielmals, merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschworen. Au revoir.